Es war ein kleines Mädchen, der sich nichts ähnlicher gewünscht hat als ein ganz besonderes Gaming-PC. Dieser PC sollte so stark und prächtig sein, dass er alle ihre Spiele in leuchtenden Farben und ohne das kleinste Zitter darstellen könnte. Im Herzen des PC wäre ein Intel Core i7 mit 20 Kernen, so schnell, dass er jede Aufgabe mit Leichtigkeit meistern könnte. Der Speicher, 16 GB DDR5 und 2 TB SSD. Uuu, ist der schön! Ich wünschte, ich hätte so einen. Unglaublich! Und die Grafikkarte, ein GeForce RTX 4070. So schnell! Wow! Unglaublich! Mit super schnellem WLAN, Bluetooth und einem Netzwerkananschluss, der so schnell ist wie ein Blitz. Wow! Wow! Ihre PC hätte auf einem Gigabyte Mainboard gestanden, umhüllt von einem leuchtenden Gehäuse, das in allen Farben glänzt hätte. Und so hat Michelle jede Nacht von diesem wunderschönen PC träumt. Ja, ich weiss nicht. Ja, ich weiss nicht. Untertitelung des ZDF, 2020